Starten, zack, dann haben wir das auch schön, also FC Bayern München, 1. FC Köln, das war glaube ich noch nie ein brisantes Duell, also ich gucke mal kurz rein in meine Mannschaft, Rieberi spielt, Robben spielt, Götze spielt, Müller, Speinsteiger, ja die wollen ja auch nichts anbrennen lassen, lasse ich mal so laufen die Jungs hier, ist der aktuelle Online-Kader, Boateng, Badstuber noch drin, kann ich mir gut vorstellen, der Alonso hat ja nur in der Champions League eine rote Karte, der kann in der Liga spielen, der würde dann auch höchstwahrscheinlich in der Liga spielen, dafür würde Schweinsteiger pausieren, um dann, aber ne ist ja noch keine Champions League, ist ja erst im März, ist ja erst noch Pokal zwischendrin, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, ja ich glaube schon, wenn ich jetzt so halbwegs meinen Masterplan im Kopf habe, ja, ja aber wird trotzdem interessant morgen, ich habe ja auch so ein bisschen die Tabelle studiert und mir mal so die Ergebnisse angeguckt und die haben wir aus jetzt damit. Von der Partie, die Partie findest du spannend? Ähm, na, also jetzt auf dem Papier natürlich nicht, aber Köln hat, für Köln hat 5 der 6 Siege auswärts geholt in dieser Saison und Köln hat auch die, zwar die 2 schlechteste Offensive, aber auch die 5 beste Defensive, die haben die 5 beste Defensive, das hört sich fast so an, so, äh, die haben sie, die 16 schlechteste Offensive und die 11 beste Defensive, was das auch mal heißen mag, ne? Ja, 25 Gegentore in 22 Spielen ist für eine Mannschaft wie Köln jetzt nicht unbedingt. Sie mauern halt perfekt, ne? Und Mannschaften, die das Spiel normal nicht machen müssen, haben da ihre liebe Not in der Liga, haben wir schon gesehen, also... Ja, richtig. Ich weiß noch nicht, welche Gegner sie bisher hatten, aber so viel Hochkaräter waren noch nicht dabei, oder? Oder waren sie schon gegen Dortmund dran? Gegen Leverkus auch noch nicht, glaube ich, ne? Ja, Dortmund muss erst mal eine Woche gegen Schalke punkten, gucken, ob es noch ein paar Bomben... Das ist natürlich ein geiles Spiel, das ist natürlich von Brisanz geprägt. Ja. Ja, aber wenn es, wenn es ganz, wenn es der Plan läuft und wenn es normal läuft, dann wird Bayern Köln auch mit dem 3-4-0 nach Hause schicken, gehe ich ganz stark davon aus. Das ist, äh, das ist auch meine, äh, Einschätzung, meine realistische von dem Spiel. Ja. Ohne jetzt da, äh, Köln was anzudichten, aber... Ich glaube nicht, dass man da schon mithalten kann, will. Na, will, na, will schon, aber... Also, die können ja frei aufspielen, ne? Ja, na klar. Ich könnte mir vorstellen, dass die... Ja, da ist es. So was fällt dann rein? Ja. Es ist aber typisch Bayern, oder? Ist jetzt schon mal auf... Also, ich hab manchmal das Gefühl, wenn ich Bayern München spiele, schaue, dass es den Gegnern wahrscheinlich irgendwie so geht. Mensch, da haben die fünf hochkarätige Chancen, nutzen sie nicht und dann machen die da so ein komisches Drecksdrohr. Es ist eigentlich verdient, aber warum muss gerade das reinfallen? Ja, ja, ja. Und dann noch der Elfmeter obendrauf. Dann ist sowieso alles vorbei, ne? Man rechnet sich schon im Vorfeld schon nichts aus, aber dann noch so ein Scheißdreck noch. So hab ich manchmal das Gefühl. Gerade in der Bundesliga läuft es ja eigentlich relativ nach Plan da. Aber es ist halt eben... Wie sagt man so schön? Das Glück des Tüchtigen, ne? Ja, na klar, wenn du oben stehst, dann schießt du auch so eine Tore. Das ist einfach so. Und gerade Bayern ist ja nur vom Glück geküsst in den letzten Wochen, Monaten und vielleicht sogar Jahren. Also ich kann mich da an wenige Spiele erinnern, wo sie extrem viel Pech hatten. Ja, also jetzt so richtig Pech, wo man sagen würde, das ist ein Match, das überlegt man nochmal, wie ging das nochmal aus. Also es lief bisher eigentlich alles relativ solide für die Bayern. Ja, also die Spiele, die sie gewinnen mussten, die haben sie im Normalfall auch gewonnen. Und wenn sie die bessere Mannschaft waren, haben sie ihre Spiele auch in der Regel immer gewonnen. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, Bayern war jetzt klar unterlegen und... Quatsch, andersrum. Bayern war jetzt klar überlegen, aber die haben das Spiel verloren. Also wenn sie überlegen sind, dann gewinnen sie das in der Regel auch. Fahren sie es meistens auch nach Hause, ja. Ja, und das war halt auch das Problem, was Dortmund in der Hinrunde hat. Dortmund war, ich sag mal, 80, 85 Prozent aller Spiele, die sie verloren haben, waren sie die klar dominierende Mannschaft. Aber sie haben es halt nicht geschafft, ihre Chancen, die sie sich durchaus rausgespielt haben, zu nutzen. Und dann hinten mit dieser löchrigen Defensive, dann fängst du die halt mal ein, zwei dumme Dinger. Und schon ganz ein Rückstand hinterher und das war jetzt nicht unbedingt die größte Stärke Dortmund in der Hinrunde. Ja, und dann verlierst du so eine Spiele halt auch gegen Mannschaften wie Stuttgart oder andere in der Hinrunde. Also, ja. Aber wie gesagt, das sieht bei Bayern ja doch etwas anders aus. Ja, zumindest in der Liga lassen sie da recht wenig anbrennen, ne? Ja, ja. Aber das liegt auch so ein bisschen, oder ich bin der Meinung, das ist auch teilweise echt diesem Understatement der Liga geschuldet. Und, oh, gut durchgesteckt. Oh, gut durchgesteckt mal wieder. Ja. Ne, und das ist, äh, wie soll man sagen? Das ist dann auch ein bisschen die Schuld der Liga. Und das ist ja, was wir schon da hatten, das ist bei der Außendarstellung der Liga natürlich auch dann einfach schwierig, ne? Ja, na klar. Ja, jetzt am Wochenende wieder sechs Dinger eingeschenkt. Ja. Ja, das ist natürlich, das, äh, liest sich als Außenstehender, als Nicht-Deutscher oder als Nicht-Bundesliga-Fanater, liest sich das natürlich immer so ein bisschen, ja, wie du schon sagtest, also, äh, die Außendarstellung ist immer ein bisschen, ein bisschen schwierig. Wenn du liest, okay, Bayern wieder 6-0, der hat wieder 6-0 auf den Sack gekriegt, Hamburg, als, also Bundesliga-Dino kassiert acht. Äh, ja, schwierig. Schöner Zeitfall-Kick. Ein Zieher war es keiner. Das war mehr, das war mehr ein Kick. Ah, schwierig hier mit Köln. Ja. Köln fehlt in der Liga auch so, so ein bisschen der, der Knipser. Ich meine, der Uccia, der hat zwar sieben Tore geschossen, aber da hört es dann auch schon auf. Da fehlt es, da fehlt es. Ja, aber es ist auch nur Köln, ne? Also, die sind jetzt gerade aufgestiegen. Für die wäre es ja auch erstmal wieder ein Genuss, sich mal oben festzubeißen, ne? Ja. Da wird ja wieder spekuliert, oder da wurde ja im Winter spekuliert, auch Gott, wenn der Podolski zurückkommt. Haha, dann geht die Post, dann geht die Post ab. Er wird ja ganz gerne nochmal zurück, ne? Hat er ja gesagt. Ja, ja. Das stimmt. Ja, aber man kann es ja auch nicht an einem Spieler festmachen. Ah, nee. Sicherlich, äh, sicherlich. Aber da hat er, da hat er funktioniert, aber da auch nichts gebracht. So muss man sagen. Ja, richtig. Ich meine, klar profitiert er die gesamte Mannschaft so ein bisschen von, auch aufgrund seiner Klasse und vielleicht auch, hat er vielleicht auch so einen kleinen, äh, ja, so einen moralischen, na, moralisch ist auch das falsche Wort, aber Podolski ist ja mehr oder weniger so eine Mental, mentale Stärke, ja. Podolski ist ja mehr so die Aushänge, also das Aushängeschild von Köln und wenn der wieder da ist, das gibt, denke ich mal, auch noch einen kleinen, kleinen Schub. Aber trotzdem ist Podolski keiner, der jetzt in Kahn aus dem Dreck holen kann und der jetzt alleine dafür verantwortlich ist, dass Köln in der Liga bleibt. Nee, zumindest nicht in der ersten Liga, da geht es, es ist, also es gibt Spieler, die können, die machen den Unterschied, so ein Spieler ist halt momentan auch einfach dieser oft beschriebene Arjen Robben, man muss es aber sagen, also so ein Spieler auf so einem Niveau und das in der Bundesliga und über diesen Zeitraum jetzt schon, und der ist ja schon seit, 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 seit dem Sommer, ne, ist der ja schon in absoluter Höchstform, seit der WM und das ist, das musst du auch mal schaffen, gerade er mit seiner langen Krankenakte, ne, wieder so ein Ding, er kommt nicht ran. Glücklich, dass du ihn nicht erwischt hast. Jo, stimmt. Und, äh, ja, 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 gerade, gerade er bei so einer langen Krankenakte, dass er es endlich schafft, mal durchzuspielen über einen langen Zeitraum, das, das sieht man halt dann, ne, und das macht halt auf dem Niveau, auf dem jetzt ein Robben da spielt, häufig den Unterschied, ne, zu häufig vielleicht sogar. Zu häufig, ja. Wie viel ist Bayern ohne Arjen Robben, ohne, äh, einen fitten, äh, frischen und formstarken Franck Ribéry? Ja, das ist klar. Aber das könntest du eigentlich jede große Mannschaft die Frage stellen, ne, wie stark sie ohne ihre Individualisten sind. Ja, gerade, gerade die Vügelspieler, die, die spielen ja auch in der Offensive eine tragende Rolle und, äh, ja, das sieht bei Real genauso aus. Was ist, was ist Real in fünf Jahren ohne Ronaldo? Oder was ist, was ist Barca in sieben oder acht Jahren ohne Messi? Ähm. Oder schlecht. Da muss es langfristig, muss es da, äh, auf jeden Fall, keine adäquaten Ersatz, den wird es wahrscheinlich in der Form so auch erstmal nicht mehr geben, weil das sind wirklich zwei Ausnahmespieler, ähm, die wahrscheinlich in den nächsten zehn bis fünfzehn Jahren nicht mehr geben wird, obwohl man weiß es nicht, man weiß es nicht, vielleicht, vielleicht wächst ja gerade einer, äh, in, in, in die Rolle des nächsten Ronaldos oder Messis, aber, äh, ja, solche Spieler dann zu kompensieren oder den Ausfall dann zu kompensieren, das wird natürlich nicht leicht für die, für die Mannschaften und, äh, real ist abhängig von, von Ronaldo und Barcelona ist aktuell abhängig von Messi. Zwar nicht, zwar nicht so akut, weil sie ja auch andere Top-Spieler in ihren Reihen haben, aber so ein Messi-Verlust, äh, würde sich dann definitiv auswirken. Ja. Ja, das kann keine, das kann keine Mannschaft kompensieren, ne? Ne. Wie siehst du die Chancen, äh, vom Barca in, in der Champions League? So ein bisschen Hallo-Wacheffekt, ne, gegen Main City, ne? Auf einmal sind sie doch wieder auf dem Plan. Ja, war, war, war ich auch ein bisschen überrascht. Also wir hatten ja, in der, in der Prognose, hatten wir auch ein anderes Ergebnis, äh, ja, prognostiziert. Ich glaube, ich habe mit City sogar gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und das war eigentlich auch mein Tipp, oder zumindest ein Unentschieden, dass... Ja, zu Hause eigentlich, ne? Ja, zu Hause, aber dass sie sich dann so überrollen lassen, ähm, ja, weil da gut überrollen ist, vielleicht auch ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber sie haben das Spiel verloren, zu Hause gegen, gegen Barca und Barca hat auch verdient gewonnen und, äh, ja, wird man sehen, wie es weitergeht. Muss man natürlich gucken, was, äh, wenn Barca weiterkommt, was sie jetzt im Halbfinale, äh, im Viertelfinale erwischen. Aber ich glaube, gegen Mannschaften wie Chelsea oder, oder Bayern oder auch Real würde dann schon bedeuten, schwerer als gegen City. Da wird man sehen, wird man sehen. Obwohl ich mir von City eigentlich auch mehr, mehr erhofft habe. Aber gut, ist ja noch ein Rückspiel. Absolut, ja, da ist noch alles drin. Also der, ja gut, alles, naja, aber wenn er, wenn er es reingemacht hätte, der Messi, ne, dann wäre er, wäre er Vorentscheidung gewesen. Aber ich sehe da bei ManCity jetzt auch nicht, dass dann auch so viel passiert. Ja, generell viele Paarungen sind noch offen. Selbst, selbst Bayern kann noch ausscheiden, was zwar keiner glaubt, aber theoretisch ist es möglich. Richtig. Ich bin mal gespannt, was Dortmund im Rückspiel da auf dem Platz zaubert. Also die, die Chancen sind auch durchaus da. Die haben ein Auswärtstor gemacht, das war das oberste Ziel, gegen Juve Kant zu verlieren. Die Art und Weise, wie sie verloren haben, die war vielleicht nicht die allerbeste. Weil die beiden Gegentore, die sie da kassiert haben, das waren identische Gegentreffer, die vermeidbar waren. Ähm, aber wie gesagt, ein 2 zu 1 in Turin ist jetzt kein Weltuntergang. Zuhause reicht ein 1 zu 0. Ja, und schon ist das Ding gedreht. Ja. Heiße, heiße Chancen da. Ja, also wenn es gut läuft, kommen drei deutsche Mannschaften weiter und wenn es schlecht läuft, vielleicht sogar nur eine oder keine. Also Bayern sehe ich da momentan wirklich klar im Vorteil. Also, Quatsch, Quatsch, Lohna sag ich schon. Leverkusen wird noch mal heiß. Leverkusen wird noch mal heiß. Wie gesagt, Dortmund, das steht noch so ein bisschen auf der Kippe. Ja, Bayern ist auch längst nicht durch. Ähm, aber ich glaube, Schalke ist momentan die einzige Mannschaft, von der man wirklich ausgehen kann, dass er ausscheidet. Weil selbst ein 0 zu 2 zu Hause gegen Madrid, da sind die... Ne, das ist durch, das ist durch. Da brauchen wir auch gar nicht großartig spekulieren oder hoffen, das Ding ist durch. Da kannst du höchstens wetten und hoffen, dass du Geld verdienst, aber mehr auch nicht. Ja, ja. Ja, aber wird echt noch spannend. Also, wie gesagt, dadurch, dass viele Paarungen noch so krass offen sind, äh, wenn die Rückspiele natürlich umso spannender. Und, äh, viele Mannschaften müssen dann natürlich auch mehr riskieren. Gerade auch Dortmund muss offensiv, äh, mehr, mehr, mehr tun als im Hinspiel. Ähm, weil die zweite Halbzeit, die sie gespielt haben, das war, ja, definitiv nicht Champions League würdig. Aber das war insgesamt ein Schwachheitsspiel in der zweiten Halbzeit. Also, ganz schön gestocher auf beiden Seiten. Kein, kein klarer Spielfluss mehr, keine wirklichen Chancen mehr rausgespielt. Und, ja, das Spiel hätten sie in der ersten Halbzeit klar machen können. Nach dem 1 zu 1, da gab es einen richtigen Bruch in der, in der Turiner Mannschaft. Aber da hat es Dortmund halt nicht geschafft, äh, ja, die Chancen zu nutzen, beziehungsweise sich generell gute Chancen rauszuspielen. Und, ja, dann kriegst du so'n blödes Gegentorende in der ersten Halbzeit und dann rennst du wieder im Rückstand hinterher. Obwohl du spielerisch in der ersten Halbzeit klar dominiert hast. Zumindest ab der 10. Minute. Man, hier steht so gut gestaffelt hier wieder. Vielleicht dann nochmal sauber durchkommen, ist, ähm, ist wohl ne Wunschvorstellung hier. Ja, ich geb mein Bestes mit Köln. Glaub ich, egal welche Mannschaft du da hast, das ist, Gekonnt ist gekonnt. Ah, let, währt der ab, Alter. Spielst du mit Köln oder mit, äh? Nein, so! Mann, ey! Da siehst du. War schon bisschen sauer langsam. Zwei Schüsse aufs Tor gemacht, ey. Gibt's gar nichts normalerweise. Ja, grad gegen Köln, ne? Naja, na gut, die, aber gut, die, die, die stehen schon gut hinten. Also das wäre schon so ein realistisches Ergebnis. Ja. Natürlich, äh, gegen eine andere Mannschaft wie den FC Bayern München, wäre das halt realistisch, dass man knapp gewinnt. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie sich da in der Disziplin halten können, wie, äh, Glaub ich auch nicht. Wie gegen andere Mannschaften. Ich glaub, das geht dann einfach zu sehr auf die, zu sehr auf die Kraft, ne? Ja. Ja. Ja, aber hier sieht man's wieder. Libri macht wieder Unterschied. Macht ihr die zwei ins Führung? Ja, das passt ganz gut, ja. Oh, der langsamste von allen. Boah, Teng. Was macht der denn da vorne? Und dann ist keiner im Rückraum? Jetzt vielleicht mal ein Konter. Ja. Oh, den kann man aber ablaufen besser. Sehr gut. Pünktlich, ne? Ja, wichtig. Extrem wichtig, ja. Guck mal, Boah Teng. Hab ich denn offensiv, so offensiv eingestellt? Musst du ja, scheinbar. Ah, jetzt spielt der Zauber runter. Ja. Ja. 2-1. Ja, vielleicht ein bisschen zu knapp. Ja, ein bisschen knapp, ne? Eintorunterschied kann ich mir jetzt nicht vorstellen bei den letzten Ergebnissen, zumindest in der Liga nicht. Mhm. Ja, und Köln ist jetzt auch kein anderes Kaliber als meinetwegen Hamburg oder Paderborn. Nee. Kann man schon auf eine Stufe stellen. Von daher 2-1 ein bisschen knapp. Dein Tipp für morgen? Oh, ich geh wieder meinen hohen Weg. Der hat bisher nicht gereicht, aber immer nur gegen Hamburg habe ich gesagt 4, da waren es dann 8. Ja. Gegen Paderborn habe ich gesagt 5, da waren es dann 6. Ich sag diesmal Köln, mach da schöne Klatsche reinpfeifen, würde ich mal sagen. 6-0. Ah, ich tipp auf 4-1 für Bayern. Okay, machen sie noch ein Tor, ja? Ja, ich glaub schon. Einer rutscht durch, da wird Neuer wieder abkotzen. Ja, ja, wie immer. Einer rutscht noch durch. Alles klar. Wird man sehen. Ja. Sehr schön. Ja. In Ordnung. Haben wir noch eine Prognose. Eine können wir ja noch reinhauen. Ist ja gerade spaßig für die Leute, glaube ich. Ja, ich überlege gerade, warum denn Dortmund Schalke schon machen? Oder wo es das schon für morgen auf jeden Fall geht. Warum nicht? Da können wir auch gleich ein bisschen über die Champions League ein bisschen schnacken. Genau. So, dann geht mal los, ne? Genau. Ja.